Musik 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 Ich heiße Lieven Wencken, ich bin Julio Batry. Ja, ich bin Bart von Keinigem, Pianist. In der Kontrabasse, das ist Giuseppe Milaj. Bart, wir kennen uns seit mehr als 20 Jahren. Wir haben zusammen studiert, in Louvain, beim Lammens Institute. Giuseppe, wir kennen uns seit 10 Jahren. Wenn man auf der Jazz sagt, muss man wissen, dass es viele andere in der Jazz gibt. Wir haben viele Improvisationen. Wir haben also ein Kompos, bei mir, bei Bart. Und auch ein Standard. Wir haben viele Stylen. Wir haben viele Stylen. Wir sind in Berlin, in Bruxelles. Wir haben einen Internetseiten. Das heißt, das ist Hypnotrecords. Das ist Hypnotrecords.com. Es ist in der FNAC oder in Streaming. In den Plattformen wie Apple Music. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir hier spielen. Wir haben sehr gut gemacht. Wir sind sehr, sehr glücklich. Wir sind sehr glücklich. Wir sind sehr glücklich. Wir sind sehr glücklich. Wir sind sehr glücklich. Untertitelung. BR 2018